Das sind jetzt zwei Spatzen und hier steht auch der Vogel. Jetzt wundern der näher. Ich mache das Video noch bevor die Gäste absitzen. Also andere Gäste, weitere Gäste. Die Bachstelze ist vorhin auch vorbei geflogen. Mir gehört sie meinten Video. Ich finde den Vogel sehr speziell. Das ist hier ganz nahe. Und du hast auch nicht gemeint, dass der Spatzen nachahmen kann. Vorwärtshütteln. Ich glaube ich habe vorher wirklich das Rotkehlchen gesehen und nicht dieser Vogel. Es könnte auch sein, dass es dieser Vogel war. Jetzt muss ich dann schauen und unter Umständen muss das Video abbrechen. Darum rede ich einfach so schnell und so viel, damit ich nicht irgendjemand aus Versehen aufnehme. Denn das sollte ich nicht. Denn hier ist eigentlich ein Ort, wo man schon... Es geht, ich kann weiter aufnehmen. Jetzt kommt er ganz nahe. Und ich habe den Knopf eingeladen. Dann ich habe hier auch gerade einen Knopf gewonnen. Wir haben einen Knopf in einem Topf, in der Rbirke, in der Rbirke, in der Rbirke und in der Rbirke, zwischen den Rbirke, der Rbirke, der Rbirke anbastet. Dann habe ich die Kräfte, die die auch die Zolle verbrechen oder die Zolle verbrechen. Und die ganze Rbirke haben auch sehr viele verschiedene Knopf, da können die Menschen aushaben kommen. Also das sehen wir öfter hier, wenn wir da nicht wissen. So ein Jazz beim Partner. Freitagabend. Ist heute früh? Nein, jetzt ist Samstag. Dann haben wir abends jeden Tag in den Jazz. Abends. Jetzt ist genug.